Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Budget-Update. Erst das zweite diesen Monat und dabei ist heute schon der 20. Ich habe halt mein allererstes Video für Juni so wahnsinnig spät gemacht. Daher ist das jetzt der Stand der Dinge. Naja, egal. Ihr habt vielleicht gesehen, ich bin im Plus. Ich bin im Plus, denn es ist Geld gekommen. Zum einen ein bisschen Fun, so. Aber ich lege monatlich Business-Geld zurück für den Ärztekammer-Beitrag. Und ich habe mehr zurückgelegt, als ich bezahlen musste. Und deswegen ist der Rest für mich. Und so bin ich jetzt vom letzte Woche Minus in ein Plus geraten. Und das ist nicht das einzige Plus, was es diesen Monat geben könnte. Denn da sind noch zwei weitere Posten, die mir auch noch ein Plus bescheren könnten. Und das wäre gut, denn ich versuche ja für die nächsten drei Monate quasi safe zu sein. Was jetzt auch endlich wieder klappt. Im August, habe ich ja schon gesagt, hat das sowieso geklappt. Aber wenn ich dann einen Monat weitergehe, also es einen Monat später ist, jetzt Juni, muss es ja im September auch wieder passen. Und das ist jetzt diese Woche erfolgt, dass ich auch bis September vorgesorgt habe und genug Geld habe. Allerdings sieht der Oktober schon wieder nicht so gut aus. Und deswegen ist es gut, Überschuss zu erwirtschaften. Und zwar jetzt. Und da sein Geld zusammenzuhalten. Allerdings habe ich für Lilis Geburtstag auch unendlich viel ausgegeben. Und das werdet ihr am Samstag sehen in meinen Einkäufen für diese Woche. Aber erstmal gehen wir in mein Budget rein, damit hier nicht alles graue Theorie bleibt, was ich erzähle, sondern ihr auch einen Überblick habt von dem, was an Zahlen tatsächlich passiert ist. Also, wir sind hier. Und ihr seht, ich bin im Plus. Es ist zum einen hier das Kindergeld gekommen. Die 250 Euro. Darüber hinaus habe ich jetzt insgesamt Pfand von 2,03 Euro. Einfach nur einkassiert und nicht mit irgendwelchen Einkäufen verrechnet. Das waren jetzt seit dem letzten Video nochmal 68 Cent zusätzlichen Pfand. Und hier 40 Euro Rücklage von dem Ärztekammerbeitrag. Da hatte ich 60 Euro zurückgelegt und nur 20 musste ich bezahlen. Und der Rest ist dann damit also für mich. Hier bei den Savings, was nicht wirklich Savings sind, ist nichts passiert. Habe ich keine Ausgaben gehabt. Noch nicht mal Freizeitbudget-Ausgaben hatte ich. Ich war zwar mit Lilly Eis essen, aber das habe ich von meinem Restaurantbudget gemacht und nicht von meinem Freizeitbudget. Wir werden aber wahrscheinlich diesen Monat nochmal schwimmen gehen. Das kostet 6,20 Euro. Also wäre dann das davon abgerechnet. Phantasialand füllt sich. Und das ist meine Rücklage für gegebenenfalls Nachzahlung des Elternbeitrags, also der Betreuungskosten, die mir ja für letztes Jahr erstmal erlassen wurden. Weiter geht es hier in der Housing-Kategorie, die auch nicht nur Housing enthält, sondern einfach diverses. Mein Handy ist abgebucht worden. Heute 13,99 Euro, da budgetiere ich 20 Euro, was damit zu tun hat, dass ich manchmal noch 5 Euro zusätzlich aufladen muss für Gesprächsguthaben. 13,99 ist die Flatrate. Oft muss ich es aber nicht und daher habe ich einfach etwas Puffer gelassen. Das könnte entfallen, wenn ich diesen Monat kein Gesprächsguthaben mehr hinterlegen muss und das würde dann auch nochmal zusätzliches Geld geben, was ich für die nächsten Monate dann als Überschuss mitschleppen kann. Darüber hinaus hat Netflix abgebucht, hier 9,99 Euro und das war es dann auch schon mit dieser Kategorie. Transportation habe ich nichts, weil ich einen Studentenausweis habe übrigens und dann kostenlos die KVB-Fahrräder nehmen kann und den öffentlichen Nahverkehr verwenden kann beziehungsweise auch die Regionalzüge, was ich auch regelmäßig nutze. Alle Fahrten zu meinem Vater mache ich nämlich auch mit dem Studentenausweis. Und Kinder bis 6 Jahre sind, glaube ich, so kostenlos. Genau, in der Food-Kategorie war ich mit Lilly essen für 7,20 Euro Eis. 4 Kugeln Eis, 7,20 Euro. Das sind Zeiten, was? Und dann habe ich hier ein Minus erwirtschaftet in meinem Vorratsbudget, weil Alpro diese Woche im Angebot ist und ich habe ordentlich zugeschlagen. Ich habe 11 Liter gekauft heute und das werdet ihr auch dann am Samstag sehen in meinem Einkaufsvideo. Es wäre eigentlich, vielleicht habt ihr euch gewundert, wenn ich doch 40 Euro zusätzlich habe von diesem Kammerbeitragserstattungs-Ding. Warum habe ich da nur 4,10 Euro im Plus? Weil ich auch noch DHA kaufen musste. Ich habe meine beiden Nahrungsergänzungsmittel, die einzigen beiden, die ich kaufe, und Vitamin D, aber das nehme ich ja nur im Winter. Die beiden nehme ich regelmäßig. Die musste ich beiden diesen Monat kaufen. Und somit sind da nochmal fast 45 Euro zusätzlich, die ich hier bezahlen musste. Also da ist dann der Rest für draufgegangen, der dann im Plus war. Weil letztes Mal, als ich gefilmt habe, wisst ihr, da war ich noch im Minus. Dann kamen jetzt diese 40 Euro und danach kamen dann wieder diese Ausgaben. In der Kategorie Lifestyle ging runter hier Google 1,99 und Prime, oh, das seht ihr hier noch nicht, 8,99 und hier ist meine riesige Kategorie Lillys Geburtstagskosten. Also dieser Kindergeburtstagsfund, der ist ja eigentlich dafür da, wenn Freunde von Lilly Geburtstag haben. Aber ich habe das jetzt letzten Monat stehen lassen und diesen Monat stehen lassen, damit ich Lillys Geburtstag finanzieren kann. Ich habe ihn jetzt aber überfinanziert, was hauptsächlich der Tatsache geschuldet ist, dass ich 30 Euro für eine Flasche Helium ausgegeben habe. Was daran liegt, das werdet ihr auch Samstag nochmal sehen, dass ich versucht habe, Helium-gefüllte Bom- äh, Bom-Bons, nein, Luftballons zu kaufen und mir, wie dieses Jahr wieder, letztes Jahr in ihrem zweiten Geburtstag auch schon gesagt wurde, die Heliumflasche ist gerade leer. Die verkaufen aber Heliumflaschen da. Ich weiß nicht, warum sie aus ihrem eigenen Verkaufsbestand dann nicht einfach eine Flasche entnehmen. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich jetzt eine gekauft, weil ich dachte, kann man ja auch für andere Kinder dann einen Heliumballon zum Geburtstag mitbringen oder vielleicht brauchen Freunde mal Heliumflaschen. Und deswegen habe ich gedacht, das ist eine Investition, die sich lohnt, 30 Euro für eine Heliumflasche. Und sonst habe ich halt auch noch, ihr seht, was ich alles gekauft habe am Samstag. Also ich habe das Geburtstagsbudget massiv überschritten. Aber es war ein absolut toller Geburtstag. Lilly hatte viel Spaß, sie hat den sehr genossen. Der erste Geburtstag, den sie wirklich bei bewusstem Verstand, sage ich mal, mitbekommen hat. Und es war wirklich schön. So, und dieses, ihre Ausgaben für ihren Geburtstag, also das, was ich da eigentlich budgetiert hatte für ihren Geburtstag, das verrechne ich jetzt. Also 75 Euro minus 1,48 Euro. Ich mache dann hier, was weiß ich, 1,48, mache dann hier nur 73,15. Und dann kann ich hier noch die 1,48 zuzählen. Waren es 1,48? Äh, 85, sorry. So, jetzt ist das hier ein bisschen geringer. Und das werde ich hier stehen lassen, denn das nächste Kind hat erst im August Geburtstag. Und das wird auch erst 2. Das Geschenk wird also nicht teuer. Und von August bis Dezember haben eigentlich keine Freunde von Lilly mehr Geburtstag. Es sei denn, sie findet noch neue Freunde in der Kita, wo wir dann irgendwie hin müssen. Aber auch das wird sicher nicht im September der Fall sein. Okay, so, sonst noch was? Eine Sache noch, eine Sache noch war die Krankenkasse. Die AOK habe ich bezahlt. 2,30 Euro, ähm, 2,30 Euro. Ja, das wäre schön, ne? 2,30 Euro, 96. Manchmal spreche ich ohne zu denken. Einfach nur so. So, und was ich jetzt machen werde natürlich, ist, dass ich das Geld, was ich auf Juli übertrage, so, 957,43, da seht ihr es, plus 4,10 macht 961,53, so. Und das ist dann weg und das übertrage ich jetzt in die folgenden Monate. Das mache ich allerdings nicht mit euch, sondern das mache ich, äh, gleich alleine, nachdem ich das Video abgedreht habe. Aber wie gesagt, 3 Monate will ich abge, abgeklärt sein, geplant sein. Das heißt also, Juli, August, September, da ist mein Budget auf Null. Weil ich, ähm, Restgeld vom Vormonat habe, plus ich ja weiß, was ich mir selbst auszahle, mindestens, das könnte noch mehr werden, je nachdem wie der Sommer jetzt läuft, mindestens, äh, berechnet anhand der letzten 12 Monate, ähm, auch hier wieder Profit First, ne? Das ist das Video von gestern, ich verlinke es euch nochmal am Ende, von vorgestern, sorry. Ähm, ja, sodass ich da schon weiß, ich werde die nächsten 3 Monate safe sein, was mir ein gutes Gefühl gibt. Aber der Oktober, der geht dann halt so weiter. Dieses Defizit wäre cool, wenn ich das schaffe, bis spätestens Ende Juli ausgeglichen zu haben. Und ich weiß noch nicht, wie. Das müssen wir halt beobachten. Also, das ist jetzt hier irgendwie die Kunst. Und das motiviert mich dann auch, weiterhin mein Budget relativ straff zu halten. Ja. Genau. Genau, so, so, ähm, kann ich dann, so kann ich ruhig schlafen. So, und der Clou von dem Ganzen ist dann natürlich, dass man ja als Selbstständiger ein unternehmerisches Risiko hat, ein finanzielles Risiko, aber dass man auch dies kalkulieren kann. Ne? Das ist, das ist die Antwort auf diese entscheidende Frage. Dass alle Leute immer denken, einen Job zu haben ist toll und gleichzeitig echte Lebensqualität verkaufen zugunsten eines Jobs, ne, um, um dann eben Geld zu haben, weil sie genau dieses finanzielle Risiko scheuen. Aber mit den richtigen Tools kann man dieses finanzielle Risiko halt auch berechnen und im Rahmen halten. Und ich wünschte wirklich, das hätte mir jemand vor 25 Jahren erklärt. Und das ist ja leider nicht passiert. Und das erklärt den meisten Selbstständigen ja niemand, wie sie dazu in der Lage sind. Tatsächlich werden die meisten Businesses sogar in meinen Augen komplett falsch aufgezogen, im Sinne, als dass man erst eine Idee hat, dann einen Businessplan schreibt, dann einen Kredit dafür aufnimmt, dann dieses Ding produziert und dann erst versucht es zu verkaufen und dann gegebenenfalls das Problem hat, dass es keiner haben will. Andersrum sollte man erst mal fragen, hallo, hast du daran Interesse? Würdest du das kaufen wollen? Wenn ja, bist du gewillt, eine Anzahlung dafür zu leisten oder ein Testkunde zu sein und dass man dann für diese Anzahlung das Ding produziert und es dann verkauft und dann immer mehr Kunden findet. Auf die Art und Weise kann man auch das unternehmerische Risiko halt im Rahmen halten. Wer da mehr darüber wissen will, über diese Art und Weise ein Unternehmen zu gründen, der sollte mal Rebel Business School googeln oder auch Rebel Finance School. Beides wird gemacht von Alan Donegan, der ist finanziell unabhängig, war auch auf diversen Financial Independence Podcasts zu Gast. Und macht das, was er da jetzt macht, den Leuten Business beibringen und Finanzen beibringen, kostenlos. Er hat für beides kostenlose Kurse online, macht er einfach nur, weil es ihm Spaß macht und Podcast dazu hat er auch. Also da reinhören, das ist eine großartige Sache für alle, die Interesse daran haben, sich entweder haupt- oder erst mal nebenberuflich auch selbstständig zu machen, um halt ein bisschen zusätzliches Geld heranzuschaffen oder vielleicht von ihrem Hauptjob ein bisschen weniger zu machen. Weil das kann man ja auch. Heutzutage geht da fast alles. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Man kann räumlich und zeitlich und sonst was unabhängig arbeiten, aber man muss genau das machen. Man muss, ja, das finanzielle Risiko da irgendwie berechnen, kalkulieren und im Rahmen halten können. Und das, wie gesagt, finde ich grandios mit Profit First eben. Und indem ich nicht auf andere Leute Geld zurückgreife, um Geld verdienen zu können oder das zu leihen und dann halt in der Misere zu sitzen. Und das, liebe Leute, ist das, warum es wichtig ist, insolvent zu sein einmal in seinem Leben. Denn sowohl hier der gute Mike Michalowicz war pleite, Dave Ramsey, mein anderer Finanzguru, war pleite. Und deswegen sagen die Amerikaner auch immer, solange jemand eine amerikanische Bank sagt, nur jemand, der schon mal pleite war, weiß wirklich finanzielles Risiko einzuschätzen. Und deswegen ist er umso kreditwürdiger. Und die deutschen Banken machen genau das Gegenteil. Und das ist dumm, 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 denn die deutschen Banken entgeht dann eben der Gewinn, den derjenige macht. Denn ich habe heute Post gekriegt von meiner Bank und meine Bank möchte, dass ich bei, also die Ärzte- und Apothekerbank, die wollen nämlich, dass ich mein Depot bei ihnen anlege. Was ich natürlich nicht tun werde. Denn sobald die wussten, dass ich ein Staatsexamen in der Tasche habe, haben die mich angerufen und haben versucht, mir aktiv gemanagte Fonds zu verkaufen. Und ich habe natürlich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Nein, nein, will ich nicht. Niemals, jemals aktiv gemanagte Fonds. Denn diese Leute, die verkaufen euch immer nur das, wo sie am meisten mitverdienen. Nicht ihr. Auf gar keinen Fall auf Bankberater hören. Und worauf wollte ich jetzt nochmal hinaus? Genau. Und dann, normalerweise sind Ärzte nämlich so, die arbeiten 60 Stunden die Woche, verdienen viel Geld, haben sie aber keine Zeit, sich damit zu beschäftigen, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Und das ist dann genau das, wo die Apobank, besonders die Apobank, deswegen haben die nur Gutverdiener, die keine Zeit haben in ihrem Klientel. Da grätschen die sich dann rein und dann ziehen die die Hälfte des Geldes, was der Arzt hart arbeiten verdient, das ziehen die dann einfach ab. Der war völlig schockiert, dass ich irgendwelches Finanzwissen um breitgestreute Indexfonds hatte und solche Sachen. Wo haben sie das denn her? Ja, woher wissen sie denn das? Und ja, sie sind aber eine harte Nuss. Und so, also, Gott, war ich stolz am Ende dieses Gesprächs, dass ich mir nichts habe aufschürzen lassen. So, aber kleine Anekdote aus meinem Leben. Und so hat man dann die Möglichkeit, wenn man das Businessrisiko kalkulieren kann, dass man ein Unternehmen gründen kann, was einem dient, seine eigenen Lebensziele zu erreichen. Wer mehr über Profit First wissen will und wie ich meine Businessfinanzen strukturiere, der sollte sich dieses Video anschauen. Ansonsten sage ich, ciao, macht's gut, bis Samstag, eure Silke.